Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch Ihr Balkon lässt sich jetzt leicht in so eine kleine grüne 80 verwandeln. Wir sagen Ihnen gerade wie. Wichtig ist, dass Ihre Pflanzen in der richtigen Erde aufwachsen können. Und weil die Ansprüche je nach Pflanzenart verschieden sind, gibt es jetzt bei Coop und der Qualitätsmarke Holaflor ein ganzes Programm von verschiedenen Erden in genau abgestimmten Zusammensetzungen. Hier haben wir gerade mal Balkonpflanzenerden, die hat einen hohen Humusanteil. Hier haben wir Holaflor-Cakteenerden, die speziell sandhaltig ist. Und Zimmerpflanzenerden mit einem hohen Anteil an organischen Substanzen. Und schliesslich die spezielle Holaflor Aussaat Erde auf der Basis von Dorfmüll. Sie ist schwach gedüngt, damit die frischen Samen auch geschont bleiben. Jetzt ist ja Zeit zum Ansäen. Und bei Coop gibt es jetzt darum ein grosses Angebot an qualitativ hochwertige Samereien unter den Vertrauensmarken Holaflor. Und zwar 175 Sorten. Von den Sonnenblumen bis zum Kopfsalat und den Kressi. Coop unternimmt eben alles, damit Sie sicher ernten können, was Sie gesehen haben. Und das fängt an mit einer umfassenden Konsumenteninformation, wie Sie Ihnen nur Coop bieten. Auf jeder Samenpackung von Coop steht das limitierte Verkaufsdatum. Wie viele Pflanzen es vom Inhalt gibt, den Platzbedarf und eine genaue Pflanzanleitung. Und da werden Sie genau informiert, wenn Sie aussäen und ernten können. Die Holaflor-Samen von Coop garantieren Ihnen höchste Qualität, denn Sie werden im Labor ständig auf Keimfähigkeit prüft. Und das Wachstum wird in speziellen Versuchsgärten genau kontrolliert. Apropos Wachstum, damit Ihre Pflanzen, wenn sie grösser sind, auch immer genügend Nährstoffreserven haben, nehmen Sie am besten den Holaflor-Flüssigdünger von Coop. Eine echte Coop-Leistung in Qualität und Preis. So, jetzt sehen Sie, Coop ist auch wieder ein Spezialist für Pflanzen. So, das wäre es gewesen für heute. Wir danken für's Zuschauen. Und geben jetzt noch ein Coop-Center für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Zistig, jetzt beim Coop folgende Hit-Angebot. Zweimal 1 Liter Sonnenblumenöl, Sonina, statt 57 nur 5,90. 200 Gramm Gerber Extra, statt 225 nur 1,85. Drei Beauty-Seifen, statt 270 nur 1,90. Drei Lux, statt 330 nur 2 Franken. Drei Palmolive, statt 225 nur 1,70. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Zwei Liter Orangensaft Happy Day, statt 240 nur 1,70. Und ausländische Treibhausgurken, Stück für nur 95 Rappen. Profitieren Sie morgen von diesen Angeboten in Ihrem Coop-Laden. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017